Und so geschah es, dass Legoland der Elb seine Gefährten durch den Elbenwald führte. Entschuldigung! Was denn? Ich bin jetzt nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das ist die falsche Musik. Was soll denn das, Bodo? Nee, echt jetzt. Normalerweise läuft immer voll die ernsthafte Filmmusik, wenn wir im Wald unterwegs sind. Jetzt mach ich mal locker, die werden schon wissen, was sie tun. Echt? Okay. Nee, irgendwie vermittelt diese Musik eine total falsche Grundstimmung. Auf, Schnackenburger, das ist nicht Ihre Filmmusik. Menno. Das ist viel besser, danke. Bitteschön. Und so geschah es, dass Legoland der Elb... Bitteschön. Bitteschön.